Willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute möchten wir euch mal wieder ein bisschen was auf unserem Kanal zeigen. Heute soll es um das Fach Deutsch gehen. Dabei gibt es einige Parallelen zum Fach Pädagogik, aber da gehen wir gleich natürlich noch näher darauf ein. Vorher würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein Abo da lassen könntet oder einfach auch einen Daumen hoch geben könntet. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Video. Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Fragen natürlich auch. Lasst uns direkt loslegen und los geht's. Heute soll es nämlich um die Theorie nach Skinner gehen. Er hat ja die behavioristische Position aufgestellt, dass man Sprachen durch Verstärkung lernen kann. Um das heute ein bisschen anschaulicher darzustellen, möchten wir euch da ein bisschen näheres zu erklären. Grundsätzlich sollte jedem bekannt sein, dass Skinner die Theorie vertreten hat bzw. vertritt, dass ein Lernender durch sein soziales Umfeld geprägt ist. Das heißt, wenn das soziale Umfeld bewusst Verstärkung für den Lernenden erzeugt, soll grundsätzlich das Gelernte hängen bleiben. Das heißt, im Praktischen, ein Lernender zeigt aufgrund eines Stimulus, also aufgrund eines Umweltreizes, ein spontanes Verhalten. Dadurch wird das Verhalten aufgrund der Verstärkung wahrscheinlicher und tritt häufiger auf. Diesen Prozess nennt Skinner dann letztendlich Konditionierung. Das bekannteste Beispiel, was er hier gebracht hat, und da kommen wir zu der Parallele zu Pädagogik bzw. Psychologie, Skinners Taubendressur. Eine Taube sollte lernen, auf einem schwarzen Kreis einer Karte zu picken. Sie lernte das halt Schritt für Schritt und blickte einfach zufällig auf die Karte, bekam sie einen Futterkorn. Wenn sie das dann immer wieder mit einem weiteren zufälligen Blick wiederholte, dann bekam sie immer einen weiteren Zuckerkorn, bis sie diesen Blick zur Karte dressiert bekam. Also bis sie das sozusagen gelernt hatte und ständig wiederholte und beherrschte. Und damit wurde sie dressiert. Nun ist aber in der Wissenschaft natürlich jetzt stark umstritten, wie man wirklich nachweisen kann, dass diese Konditionierung auch tatsächlich dem menschlichen Wissen aufzueignen ist. Deswegen gibt es auch viele weitere Sprachtheorien, die wir euch in anderen Videos auch nochmal erklären. Aber nichtsdestotrotz ist wichtig zu wissen, dass Skinner eine der bedeutendsten Theorien aufgestellt hat. Wichtig ist hier, dass er in Stanford studiert hatte beziehungsweise in Harvard studiert hat und viele Kontakte auch nach Stanford hatte, um so seine Theorie aufzustellen. Um vielleicht ein bisschen die Einfachheit seiner Theorie aufzustellen, kann man einerseits ein Eingeständnis feststellen, wo er so ein bisschen feststellt, dass seine Theorie auf etwas Unforschbaren festgestellt ist, nämlich das Blackbox-Modell. Andererseits hat er eben auch eine sehr einfache Theorie aufgrund seiner fehlenden Vergleichbarkeit mit dem Menschen. Nun möchten wir aber gerne wissen, wie steht ihr denn zu Skinners Theorie? Und was wisst ihr noch gerne? Und was sollen wir demnächst in weiteren Videos machen? Lasst uns das gerne wissen. Wir würden uns freuen über weitere Vorschläge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir würden uns auch über ein Abonnement freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Klickt gerne auf eines der weiteren Videos und dann haut rein und tschüss! Videografen Edeln Neues Untertitelung des ZDF, 2020